Lehnen Ihre Annahmegeräte für Geldscheine mehr Scheine ab, als Sie annehmen? Eine Reinigungskarte mit Waffle Technology entfernt den angesammelten Schmutz in Sekunden und erhöht die Akzeptanz. Die Reinigung Ihres Geräts ist genauso einfach wie das Einführen von Geld. Die Reinigungswaffels erreichen auch die für einen reibungslosen Ablauf ausschlaggebenden Bereiche. Diese Reinigungskarte wurde so entwickelt, dass sie bei 98% der marktüblichen Geräte eingesetzt werden kann. Untertitelung des ZDF, 2020